Hallo und herzlich willkommen bei ARK Extension. Da sind wir wieder nahtlos angebunden mit dem alles beliebten Müller. Mahlzeit. Moinsinn. Moinsinn. Wir sind kein Fernglas. Nee, hier ist nix, womit man Zeug sammelt. Das ist natürlich super. Außer die Anke da. Die 360er Anke. Hm. Gleich fahren wir doch gleich mal irgendwo hin. Wie viel braucht man denn für ein Speer zu bauen? Wie viel von dem... von den Narko-Bären? Äh, zehn meine ich. Zehn. Und ein Pfeil zwanzig dort. Ja, genau. Ah, das dauert aber Jahrhunderte, bis ich hier fertig bin. Mit der Rafferei. Heißt der Müller? Wie sieht's aus mit deinem Tor? Hallo Amy? Wenn du dich umguckst, siehst du das schon. Steht das schon da? Das steht schon da. Das bedeutet, ich kann bauen. Hier ist ein Fiumio 540. Autsch. Der könnte uns gut verteidigen. Denken alle das blöde Schweinchen. Den brauchst du nicht legen, kannst du von hinten Bären in den Popo dollen. Achso. Noch besser. Ja. Mach ich das mal. Ich bin schon dabei. Hast du schon ne, ne? Ne, ich baue jetzt erst mal Wände fertig, ja? Boah. Nicht hauen lassen, ne? Ne, 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 ne. Ach, ich komm da gar nicht hoch. Ähm, Rampe brauchen wir noch, ne? Rampe brauchen wir auf jeden Fall, zack. Brauche ich die fertig? Wände. Wände. Ah, wir brauchten noch Wände, noch. Verbreitung. Soll ich die direkt machen? Die mach ich auf der anderen Seite dran, ne? Ja. Und hier mach ich erst mal zu. Hier kann man reingucken in unser Haus. Schitte. Echt? Ja. Und ne Türraum auch. Hast du so ne Türdinge? Tür, ne verstärkte Tür. Normale Tür, ist egal. Ich baue gleich ne verstärkte Tür. So. Ne, jetzt hab ich schon überall Zeug drumherum gebaut. Wir brauchen kein Zielings mehr. Hahaha. Okay, der Dodo ist an und für sich Pflicht. Den brauchen wir. Schau mal her. 73 habe ich von dem Zeug. Ist nicht viel. Und anziehen. Ich laufe hier noch immer als Nacktarsch rum. Nack. Um ne Brust. Dann sehe ich böse aus. So, Rampe ist da. Anziehen. Wo wolltest du denn die Tür hier haben? Ne, du hast noch keinen Türrahmen. Ne, die Türrahmen brauche ich auch noch. Hahaha. Den habe ich noch nicht. Komm her. Türra mache ich jetzt schnutschen. Ja, mach du die. Sammle hier weiter Zeug für ne Schweinchen. Hast du ein paar Mal ein Bärbärchen? Popo, ihr deut? Ja, habe ich. Okay. Wie viele Türen brauchst du? Eine, zwei? Zwei am besten. Da wo die Lücken sind. Okay. Na ja, das braucht ein Jahrhundert, aber das ist ein Kampfschwein. So, zwei Türrahmen habe ich. Hat mich schön geköttelt vor die Nase. Sehr gut. Oh weih, das dauert wirklich schon ein bisschen, bis da Trine fertig ist. Kann man sich ranhalten. Den soll man jetzt zuerst nehmen. Den Prime, Dodo? Oder nicht? Ja, da müssen wir auch erstmal Zeug bauen. Du, eine Hilfe ohne Ende. Stumm, der Kerl. Müssen wir erstmal Zeug bauen. Weil jetzt habe ich noch nichts, um den jetzt zu ziehen. Aha. Sabotage. Sabotage, sagt er. Ich kann immer nur einen bauen. Hast du ihn da gemacht? Warum ist denn da eine Lücke? Weil der Miller hat so sehr gut eingebaut. So, wie viel brauchen wir noch? Noch eine Wand. Warte, warte. Wand habe ich, habe ich, habe ich. Hast du? Okay, dann brauche ich die Ceilings. Zack, Wand ist drauf. Kann man den Dodo nicht auch füttern? Ohne ihn umzuhacken. Ne, den kannst du nicht füttern. Was brauchen wir? Rang. Schrank. Schrank brauchen wir. Spark-Poder brauchen wir. Und alles. Wir brauchen das Schwein. Wehe, das Schwein frisst nichts. Wir besorgen keine Bären. Okay, dann gehe ich mal Schwein-Themen. Oh, hier in der Rampe brauchen wir auch noch. Köttelt mir immer einen. Kackt mir immer einen. Achso, dafür war das Schwein ja gut, ne? Dafür war das Schwein mal gut, ja. Dämliche, dämliche Affe. Was bist du denn hier für einer? Hier ist ein 100er Petri. Auch gut. Ich glaube, das Schwein braucht zu lange. Äh, ich gehe nochmal rüber gucken, was die Anke ist. Aber die Anke ist langsamer, ne? Ja. Freischränke habe ich. 40er. Sehr schön. Komm her, Anke. Was bist du für ein Level? 360. Das dürfte schneller gehen. Wieder 540er. Wir könnten auch nochmal ablegen und einen Trike einfach suchen. 20 oder so. Dann hätten wir genug Bären. Dann bräuchst du mir eine Stunde zu warten. Richtig? Richtig. Dann machen wir das lieber, ne? So, Sealing. Da ist Sealing. Wieviel brauchen wir? Neun Stück brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ja. Einen hab ich ja schon. Ach, ich liebe das, wenn ich so viel immer so gute Ergebnisse erziele. Ich glaube, beim Tor geht das wieder nicht. Da müssen wir die Halben nehmen, ne? Was? Versteht kein Wort. Beim Tor, beim großen Dino-Tor. Da müssen wir wieder die Halben nehmen. Ewige. Ah, jetzt. Du sagst, du sagst, du willst die Halben nehmen. Ich sag, was will er machen? Will er das Tor halbieren? Da kommt er, da kommt er. Oh, toll. Ich bin auch nackt, der Arsch. Ja, dann beweg dich mal. Die legen andere Seite an. Andere Seite. Ja, ich seh sie. Die fahren einmal um die Insel drumherum. Vorsichtig. Warum brauchst Pfeile? Wehr dich. Ah, ich baue Pfeile. Ich hab Pfeile gebaut. Sind andere Seite am rumfahren. Ich versuch, so ein Auge zu behalten. Das fehlt mir. Batch und Holz. Okay. Zack. Herr Kolt. Okay. Ich weiß nicht, wo sie sind. Kann sein, dass sie schon rumkommen. Um die Insel drumherum. Ich geh aber gucken. Ich seh, ich seh jemanden. Hab jemand gesehen? Die haben schon ein Tier bei. Verdammt. Glaub ich. Glaub ja. Da war eine rote Fahne zu sehen. Ah ne, die sind irgendwo mit am Kämpfen. Da sind das die roten Zahlen, die du gesehen hast. Ja, ich seh ihn. Ich bin hinter dem. Er sieht mich nicht. Hab ihn. Sehr gut. Hab Ali, sieh. Sehr gut. Zack. Moment mal. Zeigt hier eure Spießchen. Oh, die haben schön viele Spießchen dabei. Und Pfeile. So, dann muss ich erst mal beenden hier. Damit die nicht aufstehen. Ja. Ali, sieh ist tot. Kommt die gute Buttermilch. Wo ist der? Ist ja schon wieder aufgestanden. So schnell geht das nicht. Komm mal lieber rüber. Ich seh den nicht. Da ist er. Da will ich stechen. Hat dich gestochen. Er hat dich gestochen. Er ist aber tot. Er ist umgefallen. Die haben ein Bett da stehen. Beeil dich, beeil dich. Laufe über die Insel. Andere Seite. Einmal quer über die Insel. Genau einfach gerade drüber. Okay. Die haben ein Bett da stehen. Die kommen jeden Moment wieder. Lauf, ich laufe, ich laufe. Ich wache aber jetzt auf. Ich wache jetzt auf. Müsste klappen. Lauf über die Insel. Ist wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin da. Hier ist ein Floß. Ja. Helm ist da. Ja, bin ich. Da ist der Floß. Passt du auf der Floß auf. Stell dich hier hin. Hier. Ist doch Buttermilch. Ja, stell dich. Egal. Sammel den. Mach den. Mach was du willst. Aber eins von beiden. Dann sammel den. Ich muss auf den aufpassen. Sammel den erstmal. Ja. Da ist der Nächste. Hier ist wieder einer. Ja. Ja. Kann ich so schnell laufen, wie der? Der rennt weg. Ich bin voll mit Zeug. Ach, das ist zum Kotzen. War mir so von klar. Aber hier ist auch nochmal im Floß. Bist du dem hinterher gelaufen? Ich bin hinter dir. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Pikin. Gute Nacht. Da ist noch einer. Alizé. Gut. Okay. Hast du die Marken geholt von den beiden vorhin? Von Buttermilch, ja. Von Alizé, nein. Von Alizé noch nicht. Nee, ich hab sie nicht gesehen, wo die ist. Den Typen da, hast du den jetzt platt gemacht? Den hab ich jetzt platt gemacht. Okay. Ich hol mir gerade die Pfeile raus. Ich geh zurück. Die Bolas hol ich mir raus. Ja. Sehr gut. Ich geh zurück, ich geh zurück, ich geh zurück. Zack, zack. Ich brauch mehr Gewicht, mehr Geschwindigkeit. Zack, okay. So, wieder zurück. Zack. Ja, Movement Speed ist ganz wichtig hier. Ja, ja, klar. Ich bin dabei, ich bin im Laufen. Ich komm auch wieder zurück zu dir. Oder soll ich auf dem anderen, nee, das andere Fluss ist ja weg. Die sind ja weggefahren. So, den Buttermilchseinde Marke hast du gehabt? Die hab ich gemacht. Die hab ich gehabt, ja, ja. Okay. Alizé, ihre Marke ist wo? Die lag hier irgendwo. Da liegt sie. Ich hab sie. Sehr gut. Ich hab die Marke. Ich hab Feuerzeug, Bogen, Bogen, Splint, zack, zack. Und Koteletts hat sie dabei. Sehr nett. Koteletts, zack. Okay. So, jetzt müssen wir die Betze hacken. Pass mal auf dich auf. Das dauert ewig. Echt? Ja. Okay, jetzt geht's voran. Am, 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 am. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber eigentlich sind wir nur. Das war's, sehr schön. Nein. Eigentlich sind wir nur. Nein. Äh, die haben ja noch ein anderes Boot. Du weißt nicht, von wo sie kommen dann immer. So. Na gut. So. Ich bring erstmal die Marke zurück. Ja. Bring die Marke zurück. In den Stall, genau. Unser Stall ist ja noch gar nicht sicher. Das ist das allerbeste. So, zack. Jetzt muss ich mal tranquiller. Bist du da, der läuft? Jo, alles klar. Leck mich. Hab ich mich erschrocken, ey. Bin immer noch nackt, Arsch. Ja, wieso denn bloß? Kein Heid. Heidmangel. Ganz viel Heidmangel. Hier läuft der Dorf, der Dunnis rum. Dann töte die doch, Kollege. Ah, ausstoßen. Meist sofort. Meist sofort. Der ist Meist. Der, 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 der. Ist überhaupt ein Pin drin, ne? Du hast keinen Pin im Schrank. Nee. Sehr gut. Sehr gut. Komm mal jetzt. So. Na ja. Drop. 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 So. So, okay. Was brauch ich denn noch? Wo sind die doofen Bolas? Bolas. Ja. Bolas hier rein. So, ich komme. Ich habe jetzt zehn Aufspieße. Nee, zehn Schwere. Sehr gut. Ja. Ist noch gar nichts gut. Wir haben immer schon. Nee, nee. Nee, nee. Gut ist es noch nicht, ne? Ein Vogel, nix. Wir brauchen den Prime-Dodo. Mach das Schweinchen. Ja, Schweinchen weiterfüttern. Da habe ich auch gerade schon einen reingesteckt. Das Spalschweinchen. Hier, hier läuft ein doofer Affe. Ich versuche, die ganze Zeit zu tapen, aber der sieht mich dann immer wieder angerannt kommen von hinten. Dann schreit der. Der bewirft unsere Gegner mit Scheiße. Das ist auch gut. Da können die nicht laufen. So, Fleisch brate ich auch mal. Hat er sich erschrocken, ne dämlich Affe? Das sind doofe Affe. Geht mir sowas auf den Wecker. Ich habe zehn Späere. Reichen zehn Späere für den Dodo da? Nee, glaube ich nicht. Hast du auch welche? Ja, fünf Stück habe ich nur. Ja, okay. Dann müssen wir langsam mal anfangen. Geht aber nicht reichen. Kann man den Bohlen? Nee, ne? Nee. Okay, ich gebe ihn mal. Oh ja. Ich fange mal an hier. 60. Quatsch. Einer der in der Rüge. Oh. Schön gerade auf mich zu meinem Freund. Zack. Zweiten. Dritten. Da kommt der Herr Miller. Ja. Auf. Das ist doch 60. Ja, ich kriegst ihn von hinten. Ja. Wenn er sich umdreht, sag Bescheid. Hau ab, hau ab, lauf weg. Lauf weg, da bleibst du. Okay, ich muss wieder rennen. Lauf weg, da bleibst du wieder hinterher. Na, jetzt gehst du wieder hinter mir her. Daneben. Lauf weg, da bleibst du wieder hinter dir her. Ich häng am Baum fest. Okay, ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann laufen. Aua, aua, aua. Ah, er hat mich. Nein. Doch. Wie viel Späere hast du noch gehabt? Hier. Vier. Vier hast du noch? Kann ich da hin. Ich hab ja nicht gebraucht. Ich hab ja nur kleine Stoffe. Erwerf. Hol die Späere und werf. Ich bin ja schon wieder da. Mein Loot. Lass uns mal rennen. Ich hab ihm einen gegeben. Hast du einen Loot? Ja, hab ich. Komm auf dich zu. Oh, daneben. Dann hebt er schwer wieder auf. Komm mal. Jetzt hast du da einen. Ich hab auch wieder einen kassiert. Ich kann nicht mehr viel ab. Ich hab keine Späere mehr. Sehr gut. Ich auch nicht. Jetzt hat er mich. Sehr gut. Flieg direkt vor der Tür. Flieg direkt vor der Tür. Was für ein verdammtes Vieh. Wahnsinn. Respawn. Zack, ich bin da. Wieder aufbauen. Oh, erst mal Späere. Alla Ruhe. Wo liege ich? Da liege ich. Zack. Oh, Mann. Gib mir alles. Take. All inventory. Zack. Okay. Zack. Die Marke versenke ich direkt mal im Wasser. Plöpp. Hast du deine Marke schon in den Schrank gepackt? Äh. Wie du hattest? Ich hab die falsche Marke im Wasser versenkt. Mhm. Da ist sie. Ich schwimme runter. Ich hab sie. Ich komm hoch. Sehr gut. Sehr gut. Falsche Marke im Wasser versenkt. Nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Ich hab keine Marke. Könnt ihr entscheiden. Ja. Ja. Okay. Im Schrank. Welche linke Schrank? Rechte Schrank? Natürlich im falschen Schrank. Ich liebe es. Oh, zack. Da rein. So. Das hab ich. Also, das hat keinen Zweck. Pass mal auf. Wir lassen uns fahren und irgendwo ein kleines Strike zähmen. Ja? Wenn wir das haben, können wir Betäubungspfeile herstellen. Okizuki. Kommst du zurück? Ja. Ja, ich bin unterwegs. Da bauen wir Dächer. Dächer brauchen wir noch. Dach. Ceilings. Stein Ceilings. Äh. Dahin. Wie viel hab ich schon? Mein Inventar hat zwei Stück. Also. Noch. Sechs Stück. Sieben. Aber ich hätte jetzt wieder sieben Sperre. Ok. Du hast sieben Sperre. Jetzt schon wieder, ja. Wie hast du das denn gemacht? Ja. Gebaut. Toll. Ehrlich? So schnell? Ja klar. Ja dann. Dann hau weiter rein. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Sieben Sperre. Wo hast du denn die letzten Letzte Zeug her dafür? Das ist unfassbar. Ich hab zwei. Man muss den aber bewerfen, ne? Bewerfen, weglaufen, bewerfen. Ich hau ihn jetzt erstmal. Dann geht die Sperre nicht so schnell kaputt. Pass auf. Ich hab ne Idee. Ich hätte ne Idee. Wenn wir den doofen Affen kriegen. Der kann hier doch bremsen. Dann brauchst du gleich lange, bis du wieder da bist. Ja, ich bin schon wieder tot. Wir haben den Affe. Gib mir mal dir deine, äh, gib mir mal ein paar von deinen Sperren her. Die Pflaste. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. So Affe. Äh, dann geh mal her. Wo sind die Dinger? Da sind sie. Sieben Stück. So. Affe. Attacke. Verdammte Scheiße. Ich hab daneben gehauen. Scheiße, ich hänge. Geht, geht wieder. Bist du da? Ja. Bin ich. Aber sterb nicht sofort. Also, also. Ich bin zwar hier, aber kann noch nicht respawnen. Ich hab da noch kein Bett frei. Null. Also, bist du nicht da. Ich bin da. Sagt der. Hahaha. Mein Kollege. Ich bin da. Ja, ja, bin ich da. Wenn ich denn dann wieder da bin. Dann bin ich da. Wo ist mein doofer Affe? So, Bett ist wieder frei. Komm mal. Wo sollst du den angreifen, du Hund? Bin wieder da. Was ist denn meine Erleichter da? Meine siehst du gleich wieder. Ich bin wieder. Das gibt so kein. Jetzt hängt er beim Affe. Jetzt hänge ich hier drin. Okay. Wir hätten fahren wollen. 100 Pro. Da kommt er wieder angeschissen. Ich kann nichts machen. Der Affe ist tot von dem Scheiß-Dodo. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Plan. Da drüben sind welche gelandet. In der Steinbasis. Diese. Vor Land. Ich bin am pochen. Sehr gut. Und die sind da angelandet. Aber man müsste. Lass den in Ruhe. Der noch hat. Hier, äh. Tu deine Leiche. Hast du die Marke rausgeholt? Ja, hab ich. Siehst du sie am Strand rumrennen? Dr. Miller, droppe ich hier. Zack, zack. Toll. Die kommen gleich. Bin leider am pochen. Ich muss erst mal wieder Zeug aufladen. Wenigstens einen Speer haben. Ja, einen Speer hab ich. Wenn die gleich kommen. Ich weiß nicht, ob das alle See sind. Könnte sein. Ich hab, äh, 130 Pfeile. Ja. Alle Pfeile. Das ist sehr schön. Wolltest du welche haben? Nee. Ich hab 60. Tu lieber welche in den Schiff rein. Ja, stimmt, genau. Das wir welche haben, ne? Ja, das wir welche haben. Ich kann die ja jetzt nicht angreifen. Mir geht es zu beschissen. Ich kann nix machen. Der dämliche Dodo, den kriegen wir nie. Zack. Das ist das Schwein, das alles vollköttelt. Wie weit ist das? Das ist auf dem Drittel, ey. Das dauert ewig. Und ich heil überhaupt nicht, hab ich das Gefühl. Ich tame die Paras hier. Besser wie gar nix. Wir können auch auf die hetzen. Ja. Wer liegt da? Miller? Marke drin? Nein. Okay. Überhol, erhol mich gar nicht. Erhol dich doch, Junge. Dämlichen Viecher. Jetzt mal direkt auf das Boot. Wieso erhol ich mich nicht? Musst du Fleisch, Fleisch essen? Fleisch musst du hier fertig sein. Fleisch essen. Sieben, sieben Stück haben wir. Ja, 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 ja. Weißt du was, ich baue jetzt erstmal hier ne Forge. Forge? Sehr schön. Leder. Wie immer das große Problem. Leder. Hat your tribe mate killed Dodo? Ach, du hast nen Dodo gekillt. Ja, 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 ja. Normal, Dodo. Keine Angst. Ich brauche ja Leder. Wieso kriege ich nix an Leben dabei? Das kapier ich nicht. Ah, doch kriege ich. Ich hab 400 Leben. Deswegen dauert das so ewig. Ich fütter das Schwein weiter. Oh, und jetzt? Was ist los? Crime Dodo greift mich an. Nein. Ein verdammtes Strike im Sattel. Dann wär alles gut. Aber hier, du kannst doch nicht von Hand die ganze Zeit den Scheiß hier ernten. Hast du das überlebt? Ja, ja. Bin weiter weggelaufen. Was? Na, er kommt immer noch hinter mir her. Koteletts sind wo? Auf dem Schiff. Oh, okay. Zack. Überladen. Das kann ich hier mal ausmisten. Hier, drop, drop. Zealings. Kann ich schon mal welche bauen? Hier, Zealings. Hier, Bau. Drei Stück. Toll. Drei Stück kann ich einsetzen. Immerhin. Acht. 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 Hier, bei uns noch Tarte auf eine Tür. Und vor allen Dingen hier die Lücke, find ich hier so geil. So, kommt Dodo. Wir greifen an. Miller? Ja? Wo bist du? Sie stehen immer noch da. Ich seh die. Überholz. Die fahren da rum. Die kommen näher. Die kommen näher. Eine Forge. Eine Forge habe ich. Ja, dann bring die mal schnell in den Haus. Wir haben nämlich hier einen Angriff. Ich bin im Haus. Hast du die Hälfte an Pfeilen weggetan? Ja. Gut. Na sicher doch. So, Metallschmarrn schmeißen hier. Dodo ist hier unsere Paras greifen an. Ich müsste ein bisschen höher stehen. Dann würde ich die platt machen da. Ach, du bist auf dem Schiff draus. Ja. Oh, verdammt. Ich stehe bei denen vor der Tür. Ja. Die Füße sind tot. Die sehen mich nicht. Wenn ihr die Tür aufmacht, ist er tot. Jo, Paramus killt bei den Wüstenkrieger. Mach die Tür auf, komm Wüstenkrieger. Komm. Mach die verdammte Tür auf. Ich stehe direkt vor der Tür. Ich bin gespannt. Jetzt haben sie mich erwischt. Aber ich fall unter Wasser. Sehr gut. Mich fressen die Haie. Sehr gut. Gibt keine Münze. Ja, Entschuldigung Schattenwölfe. Oder wie auch immer. Das war Schattenwölfe und Wüstenkrieger, glaube ich. Tut mir leid, dass es keine Marke gab. Ich sage auf jeden Fall, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss. Ciao.